Heute geht es um die Webdesign und Development Trends 2019, also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, beziehungsweise zum ersten Video im neuen Jahr 2019. Und erstmal vielen Dank dafür, dass so viele auf meine Videos gewartet haben. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, ob ich meinen Channel geschlossen habe, ob gar kein Video mehr rauskommt, weil viele das Video letzte Woche schon erwartet haben. Hierfür sorry, ich habe es letzte Woche leider nicht mehr geschafft, ein Video zu produzieren und hochzuladen. Dazu gleich mehr. Heute geht es, wie gesagt, erstmal um die Webdesign Trends und Webdesign Development Trends 2019. Deswegen werden wir uns heute nicht nur so Design Trends angucken, sondern ein paar Design Trends und ein paar Entwicklungstrends, die so sich im Laufe des Jahres weiterentwickeln werden, beziehungsweise auf die ich glaube, dass die kommen werden. Und wer direkt da hinspringen möchte, unten in der Videobeschreibung ist ein Link, könnt ihr draufklicken, springt direkt zu dem Punkt in dem Video, wo es losgeht. Für alle, die es interessiert, jetzt ein paar Ankündigungen. Wie ihr seht, habe ich ein neues Intro, ich habe neue Einblendungen. Hier überall werdet ihr den Laufe des Videos sehen. Ich habe auch meinen Channel ein bisschen umgestrukturiert, ich habe neue Titelbilder und so weiter. Was heißt, ich habe dem Channel ein kleines Relaunch verpasst und vor allem auch neues Audio, beziehungsweise ein neues Mikrofon, was hier unten zu sehen ist, was ihr wirklich nicht sehen solltet eigentlich, wenn ich alles richtig gemacht habe. Deswegen hinterlasst doch mal euer Kommentar mehr oder weniger, was ihr zu dem neuen Channel-Design sagt. Und grundsätzlich möchte ich nur ankündigen, es kann sein, dass die nächsten Wochen noch der Fall sein wird, dass es kein Video gibt. Was heißt, wenn mal eine Woche ein Video von mir ausbleibt, dann hat das einzig und allein damit zu tun, dass ich aktuell quasi 10 Stunden am Tag an der These sitze und dass, wenn ich es nicht schaffe, dann einfach keine Zeit dafür da ist. Grundsätzlich sollte das aber in dem Moment, wo ich meine These abgebe, wieder normal sein und es sollte wieder jede Woche um 4 zu 0 ein neues Video rauskommen. Grundsätzlich reicht das aber jetzt erst mal ankündigen und wir legen los. Also viel Spaß und auf geht's. So, los geht's mit dem ersten Trend. Und zwar, das sind 3D-Elemente und Gamification im Web. In jedem Bereich. Wir gucken uns jetzt zwei relativ, ich sag mal, Nonsense-Projekte an, die ich aber wirklich wunderschön gemacht finde. Und es ist auch persönlich der Trend, der mich am meisten interessiert, wo ich auch gerne mal eigenes Projekt mit machen würde. Mal sehen, ob dieses Jahr im Laufe dieses Jahres etwas auf diesem Channel erscheint. Wenn ja, hinterlasst doch mal einen Kommentar, ob ihr sowas sehen wollt. Aber jetzt erst mal zu dem Trend. Und zwar ist das hier eine einfache Seite. Man kann das hier anklicken, ist dann in einem 3D-Raum. Ich kann mich hier mit der Maus einfach wie in Cinema 4D, wer damit schon mal gearbeitet hat, oder in Blender, mich bewegen. Kann beispielsweise hier die Perspektive in diesen kleinen Eiswagen nehmen. Kann das Ganze zur Nacht einfärben. Und ich kann halt hier Utan-Bomb singen lassen, wenn ich schnell genug diese Kristalle anklicke. Ist ganz niedlich gemacht. Wie gesagt, relativ wenig Bedeutung, sag ich mal. Aber wirklich, wirklich schön gemacht. Das nächste Projekt ist dieses hier. Es ist im Prinzip einfach, um das Verständnis von Code zu lernen, sich entwickelt worden. Und das sieht man hier ja schon auch ein bisschen gamifiziert für Kinder vor allem. Und wenn ich hier draufklicke, kann man halt so ein kleines Spiel spielen, in dem man lernt, wie so logisches Denken funktioniert. Beispielsweise kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte diesen Pfeil, der Roboter soll als erstes einmal gerade auslaufen, um zur Windmühle zu kommen. Und zack, hat funktioniert. Roboter freut sich, wird von dem UFO weggebracht. Wie gesagt, niedlich gemacht. Ist ein kleines Rätsel mehr oder weniger mit verschiedenen Leveln. Und das Ganze funktioniert halt wirklich wunderbar mit WebGL. Und ich kann dann hier immer weiter mich da durchspielen, bis man dann halt wirklich zu komplexeren Sachen kommt. In Klammern, komplexer ist es wirklich nicht schwer. Jeder von euch, der es möchte, kann das hier mal ausprobieren. Der Link dazu ist unten in der Video-Überschreibung. So, der nächste Trend ist ein Trend, den wir aus den letzten Jahren schon kennen. Und zwar Videos. Riesengroße Videos, die Content vermitteln, die auch teilweise einfach nur im Hintergrund sind. Hier beispielsweise perfekt umgesetzt von National Geographic, wenn man sich diese Seite ansieht. Und die Arbeit, die in diesen Videos steckt, dann hat man im Prinzip schon gewonnen. Also wenn man überlegt, so ein Video auf seiner Webseite zu haben, wo ein Vogel in Slow-Mo Wasser von seinem Kopf schüttelt, das ist halt schon irgendwie ziemlich cool. Aber allgemein, Videos werden aus dem Web nicht mehr verschwinden. Und wer sich bis heute gesträubt hat, die auf seiner Webseite einzubinden, das ist leider nicht mehr abzuwenden. Sie finden sich überall. Das hat viele Gründe von der Performance, die mittlerweile keinerlei Probleme mehr ist, bis zu dem Caching, den verdammt guten Codecs, die es mittlerweile gibt, die ein Video mini, mini, mini klein machen. Wenn man sich ansieht, wie groß ein YouTube-Video ist mit dem YouTube-Codec, dann ist es überhaupt kein Problem mehr, selbst solche Videos auf seiner Webseite einzubinden. Selbst bei Mobile-Webseiten ist das mittlerweile kein größeres Problem mehr, so etwas zu tun. Deswegen werden sie nicht mehr verschwinden. Und ein anderes schönes Beispiel ist diese Seite hier, die im Prinzip komplett aus immer zweigeteilten Videos besteht, wo man sich dann durchklicken kann. Wenn ich jetzt beispielsweise hier draufklicke, dann wird ein Video animiert, was sich auf die Hälfte der Seite beschränkt. Ich kann das Ganze dann auch hier unten den Sound ausmachen beispielsweise. Und ich kann nur empfehlen, sich diese Seite mal anzusehen. Es ist wirklich schön gemacht. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Beides ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, den Trend, den wir uns jetzt ansehen, das nennt sich Brutalismus. Es ist nicht nur auf das Web beschränkt, sondern Brutalismus ist eine Designrichtung mittlerweile, die einfach sehr direkt ist. Wie ihr seht, die Botschaften, die vermittelt werden sollen, werden hier durch ein Video riesig groß vermittelt. Das ist jetzt beispielsweise die Seite von Squarespace, wo die ihre Firma vorstellen. Und man hat keine Scheu mehr davor, den Nutzer einfach ein Wort in Schriftgröße 200 auf den Monitor zu schmeißen, um seine Botschaft zu vermitteln. Grundsätzlich muss man sagen, es ist nicht schlecht und es funktioniert. Es gibt darüber diverse Studien. Wer sich da mehr informieren möchte, auf E3 gibt es jede Menge verschiedene Studien, die das analysieren und die die Wahrnehmung im Prinzip betrachten. Aber es ist mehr oder weniger klar, wenn ich so Riesenbuchstaben auf den Screen schmeiße, dann lese ich automatisch die Buchstaben und automatisch die Botschaft, vor allem, wenn nichts anderes zu sehen ist. Und deswegen kann man wirklich sagen, Brutalismus ist ein Trend, der da ist. Also mir persönlich gefällt er nicht so sehr. Allerdings funktioniert er und wir kennen ihn auch mittlerweile aus allen möglichen Bereichen. Deswegen wird er auch im Web nicht wieder verschwinden. So, der nächste Trend, den ich vorstellen möchte, ist ein Trend, der eigentlich vor ein paar Jahren schon mal ein Riesentrend war, dann abgeschweicht wurde durch Google Material Design, möglichst bunt, möglichst kräftig, möglichst viel Aussagen, schöne Formen, alles. Mittlerweile ist er wieder zurück und zwar schwarz-weiß. Schwarz-weiß ist ein Trend, den wir aus allen Bereichen unseres Lebens kennen, von Klamotten bis hin zu Einrichtungen. Es gibt eigentlich alles immer in schwarz und weiß und mittlerweile ist es halt auch im Web zurück. Diese Seite hier ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, vereint vor allem noch einen anderen Trend, den ich allerdings nicht in diesem Video als Teaser benutzen will, und zwar diese Grid-Linien, dass halt alles in diese Linien aufgeteilt wird und dass man das Grid auch zeigt. Allerdings ist das ein Trend vor ein paar Jahren, deswegen zeige ich den hier nicht mehr. Aber ich finde besonders schön, wenn man auf die Schrift achtet, hat die so einen Motion Blur, wenn man scrollt, das finde ich wunderbar gemacht. Die nutzen dafür eine zweite Schrift, die sie langsamer nachzieht mit so einer Verzögerung. Finde ich eine richtig gute Idee und wie gesagt, es ist eine wirklich schöne Seite. Kann ich nur empfehlen, sich mal anzusehen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. So, der nächste Trend widerspricht dem schwarz-weiß Modell etwas. Und zwar glaube ich, dass es sich mittlerweile so in so zwei Lager abdriftet. Und zwar einmal die Leute, die wieder zurück zu den Basics vom Web wollen und die Leute, die Material immer weiter pushen und diese Design-Richtung immer weiter pushen. Und das Nächste, was es jetzt halt gibt, sind so 3D-Grafiken. Was heißt nicht 3D in dem Sinne von Gamification, was wir schon hatten, sondern so etwas hier. Was heißt, dass man einfach Fenster oder Grafiken tiefer macht und nicht mehr so flat wie vor einigen Jahren, sondern immer tiefer und immer mehr, ja, dass man sich davon ein bisschen abhebt. Persönlich muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Und meine eigene Homepage, an der ich jetzt eine ganze Weile gearbeitet habe, ist ähnlich. Und auch beispielsweise die Discord-Seite betreibt das ziemlich nice, weil die haben auch überall so schöne plastische Elemente, was auch, wie gesagt, die letzten Jahre schon ein Trend war und definitiv auch als Trend uns erhalten bleibt. Und deswegen finde ich persönlich, ist das eine schöne Entwicklung, dass Material sich langsam weiterentwickelt zu einer neuen Stufe. So, der nächste Trend ist ein Trend, der sich seit Jahren abzeichnet und über verschiedene Bereiche immer beliebter wird, und zwar immer möglichst viel Whitespace zu haben. Das ist einfach der Platz auf dem Screen, der nicht genutzt wird oder auf dem Papier oder auf dem Poster oder was auch immer. Beispielsweise bei Apple seht ihr ja, wie viel auf der Seite weiß ist. Wenn man scrollt, wird das Ganze auch nicht wirklich mehr, sondern wir haben immer sehr, sehr viel Platz von allen Elementen zu anderen Elementen und dadurch kann man den Fokus sehr schön lenken und das kommt immer mehr. Das heißt, die Leute verabschieden sich auch auf größeren Seiten wie Shops und so etwas davon, möglichst viele Elemente gleichzeitig auf dem Screen zu sehen, sondern, wie ihr seht, immer mehr, immer weniger auf dem Screen zu sehen. Ein anderes schönes Beispiel ist diese Seite hier, die ebenfalls einfach das sehr schön macht, dass sie nur wenig Inhalte auf einem Screen zu sehen hat. Wenn ich beispielsweise scrolle, habe ich eigentlich nie mehr als ein Produkt. Hier sind zwei Produkte auf einem Screen und dadurch ist das Ganze, finde ich, persönlich sehr schön. Ich mag diesen Trend, habe auch schon einige Seiten selbst so gestaltet, dass relativ wenig darauf zu sehen ist. Und man muss sagen, man kann den Fokus so sehr gut lenken und vor allem, was ich auch sehr schön finde, man kann nicht nur den Fokus so lenken, sondern auch einfach mit wenig Inhalten trotzdem eine sehr schöne Webseite bauen. So, das bringt uns jetzt zu dem ersten Entwicklungs- oder Web-Entwicklungstrend, mehr oder weniger, und zwar die Benutzung von Motion Frameworks. Was heißt so etwas wie Anime.js, so etwas wie beispielsweise hier Motion UI oder auch die eingebauten Funktionen von Angular, React oder Vue sind im Prinzip Basiselemente, die mittlerweile aus keinem Projekt mehr wegzudenken sind, einfach um Animationen zu gestalten, beispielsweise Staggering-Animationen, die sehr, sehr wichtig sind, um einfach Verläufe von Elementen zu zeigen. Wer sich mit Material Design beschäftigt, weiß, Staggering ist eines der größten Basiselemente von Material, aber auch andere Geschichten, wie zum Beispiel so etwas hier, ist eigentlich nicht möglich oder nur sehr, 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 sehr schwer möglich, wenn man nicht mit Frameworks arbeitet, weil es unfassbar aufwendig ist. Es gibt eine ganze Menge Videos dieses Jahr zu Anime.js, damit habe ich mich intensiv beschäftigt, und auch zu Angular, beziehungsweise zu der gesamten Motion Engine von Angular kommt eine ganze Menge, weil damit kann man Hammer-Animationen machen, die trotzdem noch sehr aufwendig sind, aber ohne die Frameworks fast nicht machbar wären. Man kann nicht über Webdesign-Trends 2019 reden, ohne die drei großen Frameworks zu erwähnen, über die alle Reden, alle Blogartikel sind, alle Berichte, alle Studien, und zwar Vue, Angular und React. Welches davon eure persönliche Präferenz ist, hängt ganz von dem Nutzen ab. Es gibt Leute, die lieben den Aufbau von React. Ich persönlich hasse ihn. Ich finde Vue oder Angular viel besser. Andersrum gibt es Leute, die finden Angular unfassbar komplex und finden deswegen Vue besser. Sie können alle mehr oder weniger exakt dasselbe. Es gibt verschiedene Vergleiche dazu. Es gibt Studien mittlerweile, die durchgeführt werden. Auch performance-technisch geben sie sich nicht viel. Sie basieren alle auf JavaScript und sind mittlerweile alle so performant, dass eigentlich JavaScript oder die Browser Engine das Bottleneck ist und nicht mehr die Frameworks an sich. Was heißt, welches ihr davon nutzt, ist ganz egal. Ihr solltet aber definitiv eins davon auf dem Zettel haben, weil ihr werdet in den nächsten zehn Jahren ganz sicher nicht um Angular, React und Vue umzukommen. Deswegen sollte man sich mit JavaScript-Frameworks definitiv auseinandersetzen. So ein Trend, den ich immer mehr verfolge, der im Prinzip dem geschuldet ist, dass wir die letzten Jahre immer mehr mit Angular, React und Vue arbeiten und diese drei Frameworks auch in der mobilen Entwicklung immer mehr zum Tragen kommen, mehr oder weniger. Beispielsweise das Framework Ionic basiert eigentlich komplett auf Angular und es gibt gleich Gegenstücke von beispielsweise Vue oder auch von React, die mobile Entwicklung ermöglichen. Und wir können jetzt im Prinzip mit einfachen Tools, wie zum Beispiel hier Firebase, Daten zur Verfügung stellen, die umfangreiche Tools direkt bieten. Also beispielsweise Firebase bietet direkt Anbindungen, alle möglichen Tools, also Autification, Hosting, Cloud Storage und sie wachsen vor allem einfach mit eurer App, mit eurer Leistung mit. Aber auch andere Frameworks wie beispielsweise Cousal.io oder Open-Source-Projekte wie Direktos oder andere Self-Hosted-Dienste bieten diese ganze Grundfunktionalität, die ein beispielsweise CMS bietet, ohne wirkliche Datenstrukturen vorzugeben. Was heißt, ihr könnt ganz selbst entscheiden, wie ihr eure Daten verwalten wollt, könnt aber trotzdem diese ganzen Klammern nervigen Dienste getrost Entwicklern überlassen, die das schon gemacht haben und müsst die nicht jedes Mal neu entwickeln. Sie bieten daher viele Vorteile und ich kann nur jedem empfehlen, für sein nächstes Projekt mal eines dieser Headless-CMS-Systeme oder dieser Cloud-Dienste wie Firebase auszuprobieren. Sie sparen eine Menge Arbeit und sind eigentlich ziemlich coole Projekte. So und weiter geht's mit einem Trend, den ich so gar nicht nachvollziehen kann, und zwar Chatbots. Persönlich, wie gesagt, bin ich kein Fan davon. Die sind aber unwidersprechlich ein Teil des Internets geworden und es gibt auch kein Ende davon, weil sie einfach für Unternehmen ja sehr positive Zahlen schreiben. Wenn man beispielsweise damit versucht, ein Nutzer, der sich gerade seine Seite anguckt, direkt zu einem kleinen Gespräch zu verleiten oder so etwas und es gibt genug Leute, die wirklich darauf in Klammern reinfallen, dass sie dann denken, okay, es ist wirklich jetzt Matthias, wenn ich jetzt beispielsweise Hallo schreibe, was macht diese Seite? Da kann mir dieser Bot aber nicht wirklich viel helfen, außer mir eine Standardantwort zu schicken. Und ja, dann will er jetzt eine E-Mail-Adresse von mir haben, weil er die dann daraus trackt und abspeichert, damit er mir irgendwie Informationen mitteilen kann oder so etwas. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Chatbots. Es gibt allerdings Verwendungszwecke dafür und ich verstehe, warum Leute sie nutzen. Persönlich, wie gesagt, absolut kein Fan. Bis zum nächsten Mal.